moin moin und herzlich willkommen hier zurück zu mir auf meinem kanal mit dragons dogma ja wir finden uns ja immer noch hier unten im abgrund und haben die hälfte hinter uns gelassen den anderen typen aber ausgesperrt mit einem coolen knopfdruck und jetzt werden wir uns mal daran begeben das hier weiter zu erkunden wir haben die dinge ah und verdammt axt los ist ja super stark so da muss man unterstützen da ich mir gerade gar nicht weg ich habe mich umgehauen aufgestiegen wird seit dem moment ja 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 oder was los so elektras wieder geheilt du könnt auch ein bisschen heilung brauchen aber da nicht was in unser in unser täsch so heilung wir gehen weiter runter durch mal speichern sicher nicht dass wir einmal jetzt auf irgendwelche leute treffen und hier nicht weiterkommen wir sterben sofort ziel kristall event zusammen mit reisestein benutzt begrabt diesen ziel das seil dann könnt ihr mit hilfe des reisesteins jederzeit in diesem ort zurückkehren ausnahmekerker der erde dringt ein leeres licht und ein luftzug und muss etwas sein oh Oh, oh, oh. oh wie schießt irgendwas verdammt nicht vergiftet dieser aber hoch 18 tage nein hat mich besorgt nicht okay wir müssen ein bisschen leben rein brauchen und brauch ja 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 wir leben so rum Geht so. Oh ja. Oh nein! Kann ich auch von denen heilen? Neuer Versuch. Wir suchen uns nochmal. Müssen sie irgendwie anders machen. Ich weiß noch nicht wie. Aber so wie wir es vorgebracht haben, klappt das nicht. Irgendwas, weil man kann so viele Köpfe abschlagen wie man will. Und es passiert ja irgendwie nichts. Es muss doch irgendwas anders geben. Irgendwo wo man das längst kann oder so. Da hätten wir den ganzen Ausdauer verbraucht. Woom mal. Ahn. Geht's da aufmachen. Okay. Okay. Das gibt doch gar nicht. Okay, das war's. Geht's rein, was geht's hier hinten ist die Frage. Wir müssen unsere beiden Leute holen, wir müssen jetzt mal heilen, wir müssen hier durchgehen. Ja, ich muss einen Kollegen holen, das ist mir. Oh, das gibt's doch gar nicht. So, komm. Komm mit hier längs. Oh man, der ist schon wieder umgekippt, der Typ? Noch gar nicht. Komm schon. Weg dich ein bisschen. Komm, 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 komm. Ja, war klar. Wir können jetzt in diese Richtung kommen. Nein. Wir müssen jetzt weg. Ich will jetzt nicht weg. Nein. Wim? Ja? Greifer? Nehmen wir es bloß, dass wir... Nein. Ach, scheiße, Skilette. Das ist noch okay. Irgendwie durch. Hier gibt es keinen Schalter. Untersuchung, warte mal. Jemand hat einen Hebel entfernt, so ist die Vorrichtung nutzlos. Wer hat den Hebel entfernt, ist die Frage. Pass der gravierte Hebel, okay. Und an, auch machen. Ich glaube, gegen diese Tentakel können wir gar nichts machen, wenn sie immer wieder nachwachsen. Können wir also nicht platt machen, leider. Machen wir es lieber auf die blöde Art und laufen weg. Warte mal, wir speichern kurz vor. Sicher ist sicher. Hier drin ist. Wie haut. Martyrer. Oh, hier ist noch. Märtyrer. Allsamer, was immer das war. Aber? Irgendwie weiter. Nö. Dein Schatz. Aber. Gut. Wir kommen nicht drum herum. Wir müssen, glaube ich, diese Viecher da killen. Kann das sein? Wir müssen mal ganz kurz gucken, was wir eingesammelt haben. Warte mal. Wollzahn. Gehört ein Stentwert zur Herrschung von Wachmann. Rostige Platte gehört zur Ausrüstung. Doch hier irgendwas anderes eingesammelt. Was anders. Gut. Jo. So. Kommen wir nicht durch. Okay. Okay. Ich habe hier da. Papien sein. Ich glaube ich hier nochmal. So. Oh, shit. Wir sind hier gar nicht mehr, oder? So, der Kopf ist auch ab. So, der Kopf ist auch ein bisschen ausdauer, Leute. Können wir das auch zaubern? Den kann er ausdauern. Ah, guck mal. Das ist kaputt. Oh nein. Warte. Oh, hier mal. Ich habe noch irgendwas bekommen. Sollen wir das vielleicht reinsetzen? Was haben wir bekommen hier? Ah. Hier. Noch ein bisschen. Fliegkristall. Während ihr jeden Ort platzieren könnt, in den ihr noch einmal zurückkehren möchtet. ja oh da hier Komm, geh fort zu dir. Hm, welchen Tag übersiegt? Na ja mal, soll ich schaffbar sein hier. Ja. Ja. Das war's. Das war's. Das ist so nervig. Das war's. 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 Das war's.